hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren part let's play granja ja wir sind jetzt hier in ikarien angekommen und wollen von daraus von dorthin sozusagen zum herzen von gaias vorstoßen wir müssen jetzt hier durch diese tür gehen aber das werden wir jetzt nicht machen weil weiter unten noch weitere türen sind und da gibt es noch weitere gegenstände die wir abgreifen können das machen wir jetzt zuerst mal würde ich vorschlagen so ich glaube jetzt müssten man dann gleich unten ankommen ja gut jetzt habe ich natürlich nicht mehr allzu viel zeit in 36 minuten fängt big brother an das will ich jetzt nicht mehr rechtzeitig schaffen und das hier ist ein bisschen nervig so gehen wir erstmal hier rein würde ich sagen was ich noch erzählen werde das soll hier auch so ein bisschen heute ein retalk part werden und damit ich mich da ein bisschen darauf konzentrieren kann werde ich heute die gruppe kämpfen lassen taktiken nicht fair play sondern rasend damit das auch ein bisschen schneller vorangeht soja worüber möchte ich heute reden über das video von riso hinsicht der schulöffnung also ich stimme ihnen da voll und ganz zu auch aus anderen gründen also mein haupt argument dafür ist vor allen dingen das ist klar es ist auf der einen seite gefährlich dass die zahl der zahl der ansteckungen wieder ansteigt und das davon eventuell dann auch risikogruppen betroffen sein könnten aber auf der anderen seite sehe ich halt auch so dass es auch vor allen dingen im vergleich zu ja geschäfte ok die haben jetzt eigentlich alle wieder auf und aber restaurants bars cafés und so also alles was doch geschlossen hat alle die noch nicht ihrer arbeit nachgehen können ich finde gegenüber denen ist es ein schlag in die fresse wenn man jetzt die schulen aufmacht vollkommen grundlos meiner meinung nach ok wer macht jetzt dinges interessant ja und ich habe auch noch so eine kleine geschichte in sachen kultusministerium zu erzählen kann ich jetzt eigentlich gleich mal machen ich habe da auch schon mal schlechte erfahrungen mitgemacht mit dem kultusministerium nordrhein westfalen ich weiß nicht ob das damals ein minister oder ministerin war das ist schon viele jahre her als ich noch schüler war war das halt auf jeden fall das war auch bei meiner abiturprüfung und zwar ist es so ich war damals auf einer privatschule und bei privatschulen ist es halt so so jetzt muss ich erst mal kurz gucken wie ich den geisterhelm gebe kann sein dass sie nur justin tragen kann auf den privatschulen ist es so gewesen wenn man jetzt eine so eine abiturprüfung oder sowas hatte die konnte halt nicht dann auf der schule auf der privatschule stattfinden sondern die wurde dann halt auf einer externen schule gemacht das ist echt nervig hier diese rätsel ok und war also damals so als ich dann abiprüfung hatte da wurden wir dann ja sozusagen vom kultusministerium zur zu einer schule geschickt zu einem gymnasium geschickt in köln das damals irgendwie das als das schwerste gymnasium in köln galt und lehrer haben dann auch schon also auf der privatschule halt hatten die lehrer ganz klar gesagt woran das liegt das liegt daran dass in der in dem jahr zuvor da waren ja über 90 prozent der schüler hier von der privatschule ich kann ja sagen das war die heboschule waren über 90 prozent von der heboschule dann durchgekommen und das hat ihm ja das hat da nicht so hat die nicht so geschmeckt auf den politikern und deswegen haben sie gesagt okay die müssen jetzt dass die prüfung an so einer richtig schweren schule abhalten und was auch noch wichtig ist zu erwähnen dabei ist dass die schule nicht nur schwer war ich meine das ist ja die eine sache aber die andere sache ist dass die auch überhaupt keinerlei erfahrungen mit dieser fremdprüfer problematik hatten also es geht ja geht ja auch darum dass es halt für die leute halt auch irgendwie für die für die schüler schon schwerer ist wenn man jetzt von anderen lehrern geprüft wird und so weiter und so fort also das war damals alles so so geregelt wenn man da also bei der mittleren reife war es auch so damals gewesen und beim abitur hat auch man hat dann halt eingereicht ja was man so viel stoff im unterricht hatte welche lehrbücher bin man benutzt hat und so weiter und so fort naja und dann ging es ging dann die prüfung los und da kam irgendwann die erdkunde klausur also erdkunde hatte ich damals als leistungsfach und da lag ich in der schule immer so zwischen 9 und 13 punkte und ich habe keine ahnung wie das heute ist wie gesagt das ist alles ganz ganz viele jahre her ich glaube heute ist ja hier zentrales abitur oder was keine ahnung auf jeden fall ist es halt so gewesen dass man eigentlich hätte zwei klausuren ja da liegen haben müssen und die schüler hätten sich dann für eine der beiden entscheiden können entscheiden müssen und das war halt bei uns nicht der fall es gab nur eine einzige klausur und das verhalten ein gravierender verstoß und dann hat sich dann damals irgendwie der regierungspräsident oder was weiß ich auch immer eingeschaltet und hat gesagt ja das geht so nicht und so und naja der direktor hier von der hebo der hat dann auch versucht der hans biegert das irgendwie so zu klären und gesagt ja man könnte ja sagen irgendwie die schüler die durchschnitts also die noten der schüler werden halt irgendwie um drei punkte erhöht oder bei der dinges der dinges präsident wollte halt dass man halt noch wer ist das dritte dass die klausur wiederholt wird da hat er gesagt ja da könnte man es ja wenigstens so machen dass sich das dann sozusagen die bessere von den beiden noten genommen wird so das wort jetzt eigentlich nicht ich glaube das nimmt sich nicht viel und also wie gesagt entweder man sagt drei punkte besser oder man nimmt als die bessere bessere von beiden klausuren das wurde dann aber auch abgelehnt und und es wurde halt die ganze damit begründet ja wenn die leute in die mündliche nachprüfung müssten oder so dann müssen sie ja auch irgendwie ja den ganzen stoff nochmal sozusagen ja müssen sie sich ja auch weiterhin mit dem stoff befassen und so aber sorry das ist ja wohl eine ganz klare benach beeinträchtigung von für die für die schüler weil denen bleibt dann natürlich weniger zeit um sich auf die ganzen mündlichen prüfungen vorzubereiten wenn man dann extra nochmal wieder hier sicher mit erdkunde befassen muss nur weil die zu dumm sind da eine zweite klausur zu stellen also unfassbar naja ich weiß auch noch das war damals hatte sich dann hans biegert der also der direktor auch noch irgendwie mit seinen anwälten hingesetzt und die hätten auch gesagt also dass das wohl auch gerichtlich alles anfechtbar ist also dass man die schüler dagegen hätten klagen können naja im endeffekt ist es so gelaufen es ist eine zweite klausur geschrieben worden und ja die schüler hatten sich glaube ich alle irgendwie um einen punkt verbessert im endeffekt aber es war trotzdem irgendwie vollkommen vollkommen sinnfrei und also dass das beste war also wie gesagt ich war erdkunde ziemlich guter schüler und stand da immer so zwischen 9 und 13 punkte so was das ist ja richtig ich bin blöd hier ist ja richtig so jetzt naja und was hatte ich dann in der in der erdkunde lk klausur damals in der ersten also wo der formfehler war hatte ich vier punkte in der zweiten hatte ich dann fünf punkte und da denke ich mir auch noch also wtf also da kann ja auch irgendwas mit nicht mit rechten dingen zu gehen vor allen dingen war das sowieso ganz ganz krass also diejenigen die richtig gut in der schule war die hatten sich alle mindestens um eine note verschlechtert die die vorher schlecht in erdkunde waren die nur vier punkte hatten hatten auf einmal 13 punkte klausuren geschrieben also weiß nicht also für mich ist hat das alles immer noch so richtig faden bei geschmack diese ganze erdkunde klamotten naja und im endeffekt hat er hat man dann ja auch gekriegt was man wollte nämlich sind nicht über 90 prozent ja durchgekommen haben das abitur bestanden sondern nur noch über 70 prozent also irgendwie über 20 prozent oder vielleicht sogar über 30 prozent weiß gar nicht mehr genau wie viel zu wie viel wir waren wer alles durchgefallen ist aber ich glaube sogar über 30 prozent haben dann das abitur nicht bestanden letztlich ich gehörte auch dazu ja und also was auch noch erwähnenswert dabei ist es war halt nicht nur dass in erdkunde solche geilen formfehler gemacht worden sind und das war hat auch biologie betroffen da haben sie ja biologie und deutsch genau da haben sie sachen abgefragt die wir mit dem also mit dem lernstoff den wir halt angegeben haben und den lehrbüchern die wir angegeben haben die wir gar nicht wissen konnten die in diese bücher gar nicht drin waren einfach unfassbar also ja und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die jetzige situation ich habe mir auch nur so gedacht wtf hatte ja jetzt auch irgendwie vor ein paar tagen gab es ja dann das interview mit dem armin laschet zu dem thema und ich guck erstmal kurz jetzt sind jetzt kommen mir immer so komische fallen runter ich weiß ganz genau löse stiefel das ist nix für mich auf die habe ich jetzt gerade echt keine lust ohne nicht das ist jetzt nicht so toll das war nämlich ein hinterhalt das war jetzt überhaupt nicht toll ja was ich sagen wollte also wie gesagt wenn jetzt hier gesagt wird das wissen unfairer vorteil für die schüler die jetzt abitur schreiben wenn man jetzt hier irgendwie die vornoten durchschnittsnoten oder was auch immer nimmt wäre dann unfairer vorteil für die schüler da denke ich mir nur wtf also was für einen unfairen nachteil haben denn jetzt die schüler die jetzt abitur schreiben müssen im gegensatz zu denen die früher abitur geschrieben haben die letzten jahre abitur geschrieben haben und wahrscheinlich auch die nächsten jahre abitur schreiben werden also man muss sich ja nur man muss nur daran denken was momentan deutschland abgeht ne das können kinder dabei sein irgendwie deren eltern irgendwie ja am rande ihrer existenz stehen stellen stehen 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 finanziell weil sie keine ahnung vielleicht restaurantbesitzer sind und so die nicht wissen wie es weitergehen soll es können kinder dabei sein die irgendwie angehörige verloren haben aufgrund von corona und die sollen sich dann da jetzt hinsetzen und abitur schreiben als wäre nichts gewesen während in deutschland immer noch täglich was weiß ich ein paar hundert menschen sterben oder 100 oder so sonst ja auf jeden fall die täglich momentan noch sterben da denke ich mir einfach nur also sorry aber das ist doch wirklich ein krasser nachteil hier geht es nicht lang ja ein krasser nachteil ja und also wie gesagt da muss ich auch sagen wenn wenn sich da jetzt irgendwelche früheren irgendwelche schüler die da früher abitur gemacht haben und bei denen es nicht so war wenn die sich da auf den schlips getreten führen da muss ich sagen also sorry wenn wenn das jetzt keine keine ausnahmesituation ist die sowas gerechtfertigt was ist denn dann der ausnahmesituation also oder auch dass ich dass die studenten da jetzt die ständen sage ich schon die universitäten jetzt sei ihr maul aufreißen und sagen ja das geht so nicht da müssen wir dann andere andere auswahlverfahren machen ja weiß nicht also auf auf der einen seite sagt man die ganze zeit immer ja man man kann man kann nicht irgendwie hier jetzt alles direkt wieder öffnen man kann nicht irgendwie ja regt sich die bevölkerung drüber auf ja fußballspiele und so viel zu wenig tests und dann alle drei gelernt sehr schön dann also dass das die fußballspiele viel zu viele tests verbrauchen wenn die jetzt wieder anfangen sollen und politiker mahnen die ganze zeit es ist noch nicht vorbei müssen noch vorsichtig sein und so aber dann ist man auf der anderen seite so unvorsichtig und tätigt solche aussagen die wie das ganze irgendwie in meinen augen schon wieder verharmlosen ja verharmlosen das ist das ist das ist in meinen augen wirklich gut ich meine die gefahr für es ist vielleicht nicht so groß mit mit den ansteckungen aber sie ist trotzdem gegeben und wenn dann halt irgendwelche kinder da krank werden und das nicht wissen weil es bei ihnen vielleicht milder verläuft und milder verläuft und so dann wieder andere kinder anstecken dann haben die kinder vielleicht irgendwie hier sind unvorsichtig oder kinder sage ich schon ja schüler sind ja dann meistens jüdliche in sachen abitur sind dann unvorsichtig und haben dann kontakt noch zu anderen menschen und so weiter und so fort stecken weitere weitere menschen an also ich kann es ich kann es echt nicht verstehen und wie gesagt also vor allen dingen finde ich eine einfach nur eine absolute frechheit gegenüber den menschen irgendwie die jetzt noch irgendwie nicht ihrer arbeit nachgehen können die sich um ihre existenz sorgen machen müssen und was weiß ich alles so jetzt kriegen wir ja lauter zeug ich hau mal die geweiihelme weg und dann kämpfen wir mal gegen die ja also ich muss ehrlich gesagt sagen dass die bundesliga wieder startet auch mit diesen test kapazitäten die da verbraucht werden das finde ich zehnmal sinnvoller als das jetzt hier die schulen auf teufel komm raus wieder aufmachen wollen um da noch irgendwelche abitur prüfungen zu schreiben wo die schüler jetzt eventuell vielleicht ganz andere sorgen haben irgendwie und sich da gar nicht richtig drauf konzentrieren können weil bei der bundesliga da gibt da geht da geht es wenigstens noch um arbeitsplätze und das das ist doch die der schutz unserer wirtschaft ist doch das allerwichtigste Was was jetzt momentan ja ansteht und nicht irgendwie sondern so ein anderer quatsch Jetzt muss ich mal gucken wie geht es denn hier weiter? Ach so geht es weiter Jetzt blendet das wieder so weil die sonne so tief steht Naja also vor big brother werde ich das definitiv nicht schaffen dann muss ich mir das nachher Wenn ich mir das nachher im internet anschauen Aber ja ich wollte das heute auf jeden fall aufnehmen ich hatte mir auch gesagt dass ich auf jeden fall Ja Diese woche das let's play beenden werde also bis bis dann alles hochgeladen ist wird das noch ein paar wochen dauern Ich werde dann auch ab Nächster woche vielleicht schon ab dieser woche muss ich mal schauen damit anfangen mit der panzer general kampagne die zu Let's plane Und da werde ich es vielleicht auch so machen dass ich dann ja also da wäre ich wahrscheinlich auch jeden tag dann ein paar aufnehmen damit ich da halt drin bleibe und nicht irgendwie rauskomme Ich hoffe das ist jetzt auch nicht so eine extrem lange kampagne Wie gesagt ich habe das jetzt auch noch nie gespielt gehabt das wird dann komplett blind die kampagne Wärts du mir vielleicht nur mal kurz irgendwie in der suite angucken um so ein gefühl zu Dafür zu kriegen was da so in etwa ansteht und was man vielleicht haben muss was was man sich kaufen sollte Ja und wenn ich dann die panzer general kampagne beendet habe dann werde ich Formel 1 2004 aufnehmen Da habe ich gestern die iso für gesucht und gefunden und Dann werde ich dann ja die karriere spielen und damit werde ich dann wahrscheinlich auch Recht zügig fortfahren ganz einfach aus dem grund Dass ich mich räuspern muss nennen ganz einfach deshalb weil Ich sonst einfach rauskomme Aus dem fahren also ich habe das gestern gestern abend hatte ich dann mal Also ich habe jetzt mal eine karriere begonnen um da wieder rein zu kommen weil ich das spiel schon so lange nicht mehr gespielt habe Und ja wo geht es nie hier lang ach so ich bin hier so mal gekommen okay Das heißt da müssen wir mal gucken wo wir dann lang müssen Jetzt weiß ich nicht was jetzt optional und was jetzt der richtige weg ist Naja auf jeden fall bei Dinges wäre es halt wirklich so Dass ich halt da viel zu schnell draußen wäre Wenn ich da jetzt sage ich mal nur jede woche ein part aufnehmen würde oder so dann käme ich da halt nicht richtig in den flow rein beim fahren Weil ich halt auch einfach nicht so lange im endeffekt in der zeit gespielt habe wie Formel 1 99 weil okay formel 1 99 habe ich halt irgendwie Auch häufig so häufig so häufig hier crash crash car derby sozusagen gespielt ich habe da ja immer so mein so mein kleines spielchen dass ich irgendwie Ja Versuche irgendwie hier die anderen autos weg zu rahmen kaputt zu machen und so weiter und so fort In der hoffnung dann arrows und minardi die überrundungsbelie ist irgendwie in die punkte zu bekommen Gut da fahre ich dann jetzt nicht so richtig irgendwie aber Man kriegt ja trotzdem wenn man das Häufig spielt auch immer jetzt nicht vernünftigkeit nicht eine vernünftige wm fährt Kriegt man ja trotzdem mit ein besseres gefühlen Für das spiel Ach ja Ach ja So Sind auch noch mal monster Ähm wenigstens gehen die kämpfe jetzt wirklich sehr sehr schnell vorbei Also wenn das so weiter geht könnte ich vielleicht sogar Ähm ja das alles in einem part hochladen Äh da wird jetzt später noch mal ein endgegner zwischendurch kommen da werde ich dann äh ja mit dem ähm Dinges aufhören Sag ich mal zu Zu dem schulöffnungsthema habe ich ja jetzt auch so ziemlich alles gesagt was ich sagen wollte eigentlich Ähm Ähm Wie gesagt also für mich ist wirklich äh Ähm das primär dass das die arbeitsplätze arbeitsplätze gerettet werden dass leute zur arbeit gehen können und Ähm momentan die universitäten sind geschlossen die wissen nicht wann es weitergeht Ähm firmen stellen firmen entlasten momentan eher als dass irgendwelche leute neu einstellen also wo ist da jetzt die notwendigkeit Ähm dass man dass man wieso sagt man nicht einfach man verschiebt das abitur wenn man jetzt wenn man jetzt unbedingt will dass jetzt irgendwie Prüfungen Ja normal stattfinden So ich gehe mal zurück weil ich glaube dass hier ist der richtige weg deswegen gehe ich mal kurz zurück und gucke was da wird in einem anderen weg drin war Da ist nur geld drin lol Gut geld ist natürlich nicht so schön Ich glaube ich gehe gleich mal kurz nach kurz weg und hol mal was zu trinken das hätte ich jetzt vielleicht vorher machen sollen Genau liete diamanten staub ganz meine meinung Ja also bei mir ist es ja äh in sachen corona auch noch so dass ich momentan keine aufträge für die zeitung habe Äh was äh könnt ihr natürlich auch selber irgendwelche sag ich mal Artikel in die city initiieren oder so mir irgendwelche irgendwelche themen selbst suchen darüber berichten und so und die dann an die zeitung verkaufen Und das problem ist halt ähm dadurch dass ich jetzt nicht äh über copland schreibe sondern über andernach und palance Das das ist halt doch ein stück weit weg und da ist man auch nicht so drin und weiß was da jetzt immer so abgeht und Alles mögliche also da haben es leute die jetzt in der stadt wohnen und da ihre kontakte haben oder so die haben es natürlich wesentlich einfacher Dann noch irgendwelche themen zu finden What a finish genau So So Liete ist jetzt auch stufe 37 oh und justin hat jetzt 300 treffer punkte sehr schön Okay jetzt haben wir hier alles besiegt dann können wir wieder zurück gehen Aber es ist noch ein stück hier in diesem dungeon also das auf jeden fall So So jetzt müssen wir hier durch glaube ich Werden wahrscheinlich doch eher zwei parts werden wenn ich das jetzt so überschlage mal Ich werde auf jeden fall nachher noch ein bisschen äh Formel 1 ähm weiterspielen Ich habe mir jetzt gesagt ich werde jetzt äh vor jedem rennen erstmal hier äh Zeitfahren machen Äh um wieder mich an die Strecke zu gewöhnen weil ähm äh Formel 1 99 das bin ich ja schon so oft gefahren Dann bin ich ja schon so drin und äh aber hier 2004 gab es dann ja ganz andere Strecken die es 99 noch nicht gab Zum Beispiel hier ähm ähm äh China ähm ähm ne nicht Malaysia Mensch äh Bahrain genau äh USA hier Indianapolis ähm ähm äh das war die falsche Richtung Ach ja es bleibt schwierig den richtigen Weg zu finden Gut Ja wenn ich das nachher teilen muss ist auch nichts weiter dramatisch ähm So was ist denn da drin Karmtrank die können wir auch weglegen Äh äh so jetzt müssen wir diese ähm ähm Dinge style in einer bestimmten Reihenfolge drücken Und wenn wir dann alle vier also jedes mal wenn wir drauf drücken kommen da Monster hervor und wenn man alle vier äh erledigt hat sozusagen Dann äh äh geht das Türchen auf und dahinter ist dann äh Gaia Krieger glaube ich als Endgegner Und es kann auch sein dass der noch weiter weg ist ich bin mir gerade vollkommen unsicher ob der jetzt wirklich schon ein Hunde hinter der Tür ist oder äh noch ein Stück weiter entfernt oder es sind sogar zwei Endgegner Ja ich glaube es sind zwei Endgegner hier in diesem Gebiet ähm 16 ja alles fit Gut dann gucken wir mal was die jetzt sagen ob die gerne sterben möchten Naja auf jeden Fall ähm äh äh diese Geschichte die ich vorhin auch erzählt habe bei meinem mit meiner Abiturprüfung Also das Ärgerliche daran war ja auch ne ähm bei bei den sag ich mal normalen Schulen ist es ja so die haben dann wenigstens doch hier eine äh fachhochschulreife Prüfung oder sowas Aber das war halt äh ist halt auf der Hebo Schule nicht vorgesehen gewesen und das heißt ähm wenn man das Abitur dann nicht bestanden hat Dann äh hatte man wenn 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 es wenn es dumm läuft äh noch nichtmals äh fachhochschulreife sondern hatte dann nur mittlere Reife so ging es mir dann nämlich auch und dann äh ja Dann muss ich dann extra nochmal fachhochschulreife auf einer anderen Schule nachholen Ähm von daher finde ich dann halt noch dreister sage ich mal dass äh die Politiker dann meinen irgendwie äh ja 90 über 90% durchkommen das ist eine zu hohe Quote Der müssen viel mehr durchfallen und ähm dann irgendwelche Schulen aussuchen die ja die mit der Thematik da vollkommen überfordert sind Komm Juri das können wir weghauen Und ähm ja aber deswegen ähm ja ist auch ist auch meine Meinung dass es den diesen Kultusminister nicht unbedingt äh um die Interessen der Schüler geht Sondern denen geht es wirklich in aller äh in aller äh Instanz darum die Interessen von Universitäten von äh ja äh von der von der Wirtschaft vor allen Dingen auch Dass die gewahrt werden aber um die Schüler geht es denen scheiß Dreck So der Meteoritenhagel und der Heteoritenmagel Ich glaub um 7 geh ich kurz raus und hole mir was zu trinken Ich könnte jetzt einfach hinten zum Kasten mit der Apfelschorle gehen aber die ist halt Pups warm jetzt das schmeckt halt nicht Da hätte ich doch lieber was kaltes aus dem Kühlschrank Ach ja wieso macht er eigentlich immer so einen Blödsinn ey Mensch Jete könnte ruhig öfters hier äh Diamantenstaub machen Rap könnte öfters Diamantenstaub äh das braucht er nicht aber hier ähm mit Erde irgendwas machen Ist doch wirklich komplett dämlich Komplett dämlich Okay ähm ich guck mal kurz weil äh wir hatten ja ein bisschen Schaden glaub ich genommen Äh erstmal wie sieht das jetzt aus äh 20 Okay da kann er alles wir müssen nur noch mit Erde jetzt weiter arbeiten Und äh gut dann lasse ich Liete hallen Okay ja Okay ja Okay ja